Hallihallo und herzlich Willkommen zurück! Wir sind im Disneyland und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch mal mit bei der Hickstander Mountain Railroad. Es ist laut. Es ist sehr sehr laut. Wie heißt das Ding? Hickstander Mountain Railroad. Ja, hier ist übrigens Mountain. Es ist ein bisschen laut, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. So. Natürlich sind wir wieder bei Rollercoaster Tycoon. Ich sehe nichts. Ich glaube, das war es noch nicht. Dick Thunder Mountain hier im Disneyland und die Grafik Railroad natürlich. Die Bahn hatte mal wieder ein bisschen Verspätung und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch mal wieder mit auf dieser wahnsinnig spannenden Fahrt. Entspannten Fahrt. Entspannten Fahrt. Und ich glaube, da geht es jetzt runter, oder? Hoch kann es nicht mehr gehen. Achtung, da ist eine Ziege. Die Ziege. Vor sich. Die Ziege! Eine Ziege. Aaaaaaaah! Wuhuuu! Wuhuu! 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 Wuhuuu! runter. So, ja. Und schon sind wir wieder im Berg. Oh, das sieht geil aus. Ah! Ah, Hilfe! Wer muss sagen, soll das für euch stehen? Oh, Feuer! Und jetzt geht es bergab. Und runter. Juhu! Ich glaube, ich bin der einzige Idiot, der hier mitfällt. So, sind wir da? Noch nicht, gar nicht. Juhu! So, die Bahn ist heute ausnahmsweise pünktlich. Mehr oder weniger. Und war mal wieder schön. Ja. War wunderschön. Auch die Physik-Effekte. Ja, ja. Immer derselbe Witz, gell? Aber es ist nun mal so. Rollercoaster-Tycoon, das neue Rollercoaster-Tycoon wird wahnsinnig toll. Rollercoaster-Tycoon live. Live, ja genau. Also ist ein bisschen teuer, aber er lohnt sich. Genau. Also, dann steigen wir mal aus. Schönen Abend noch. Tschüss!